Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2448 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Eine Spritze reicht für einen einjährigen Schutz. Mehr braucht man nicht. Eine Spritze reicht für einen einjährigen Schutz. Mehr braucht man nicht. Lass uns wissen, was du darüber denkst. Du hast immer gute Ideen und Anmerkungen. Lass uns wissen, was du darüber denkst. Du hast immer gute Ideen und Anmerkungen. Lass uns wissen, was du darüber denkst. Du hast immer gute Ideen und Anmerkungen. Ich bin freiberufliche Grafikdesignerin und arbeite an den schönsten Plätzen der Welt. Ich bin freiberufliche Grafikdesignerin und arbeite an den schönsten Plätzen der Welt. Zum Training nehme ich immer schwerere Gewichte, um mehr Muskeln aufzubauen. Zum Training nehme ich immer schwerere Gewichte, um mehr Muskeln aufzubauen. Zum Training nehme ich immer schwerere Gewichte, um mehr Muskeln aufzubauen. Die Arbeit an den Plänen stellt uns für jeden Bauherrn vor neue Herausforderungen, Die Arbeit an den Plänen stellt uns für jeden Bauherrn vor neue Herausforderungen, damit alle Wünsche erfüllt werden können. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen kann erblich bedingter Haarausfall bereits im Jugendalter beginnen. Wir sind ganz allein an diesem wunderschönen Strand in Thailand. Wir bereiten uns in der Unibibliothek auf die nächste Prüfung vor. Wir bereiten uns in der Unibibliothek auf die nächste Prüfung vor. Ich habe eine ruhige Lebenseinstellung und entspanne mich so oft es geht bei Musik. Ich habe eine ruhige Lebenseinstellung und entspanne mich so oft es geht bei Musik. Wer dagegen ist, dass wir die Regeln ändern, den bitte ich um das Handzeichen. Wer dagegen ist, dass wir die Regeln ändern, den bitte ich um das Handzeichen. Wer dagegen ist, dass wir die Regeln ändern, den bitte ich um das Handzeichen. Wir nehmen das Projekt gemeinsam in Angriff und starten gleich mit dem ersten Meeting. Wir nehmen das Projekt gemeinsam in Angriff und starten gleich mit dem ersten Meeting. Wir nehmen das Projekt gemeinsam in Angriff und starten gleich mit dem ersten Meeting. Der Notausgang befindet sich rechts. Das Schild hängt unter der Decke und ist beleuchtet. Meine Tochter hat mein künstlerisches Talent geerbt. Beim Malen entwickelt sie ihren eigenen Stil. Aus Sicherheitsgründen trage ich immer eine Schwimmweste, wenn ich im Wasser spiele. Aus Sicherheitsgründen trage ich immer eine Schwimmweste, wenn ich im Wasser spiele. Jeder Handwerker braucht Qualitätswerkzeuge, um zu arbeiten. Jeder Handwerker braucht Qualitätswerkzeuge, um zu arbeiten. Die Sitzung wird in 10 Minuten beginnen. Wir warten noch auf zwei Mitarbeiterinnen der Buchhaltung. Die Sitzung wird in 10 Minuten beginnen. Wir warten noch auf zwei Mitarbeiterinnen der Buchhaltung. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen. Wann zeigst du mir, wie man Gitarre spielt? Wann zeigst du mir, wie man Gitarre spielt? An der Wand hängt ein Gerät zur Messung des Luftdrucks von Reifen. An dieser Verkehrsinsel musst du rechts vorbeifahren. An dieser Verkehrsinsel musst du rechts vorbeifahren. An dieser Verkehrsinsel musst du rechts vorbeifahren. Ich bin mit Freunden auf einem Volksfest. Am Nachmittag ging es los. Ich bin mit Freunden auf einem Volksfest. Am Nachmittag ging es los. Ich habe heute Geburtstag, ich bin drei Monate alt. Ich habe heute Geburtstag, ich bin drei Monate alt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe heute Geburtstag, ich bin drei Monate alt. 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 Vielen Dank.